Willkommen auf unseren Seiten und in unserer kleinen Einführung zum Thema Spinnenlernen am Spinnrad. Als Spinnanfänger ist die Auswahl der Spinnfasern ganz wichtig, damit das erste Spinnerlebnis nicht im Frust endet. Als ideale Einstiegsfaser habe ich die Space Merino Wolle im Kammzug erlebt. Sie ist schon in dünne Streifen kardiert, sodass nicht erst lange der Kammzug auseinander sortiert werden muss. Herkömmliche Kammzüge, wie diesen hier, teilt man sich vor dem Spinnen idealerweise in dünne Streifen ab, sonst ist man beim Spinnvorgang dauernd mit dem Neusortieren des Faservorrats in der Hand beschäftigt. Vor dem Spinnen überprüfe ich noch den Sitz von Spule, Bremse und Antriebsfaden oder bei einem zweifädigen Rad die Antriebsfadenspannung. Gesponnen wird nach rechts, später verzwirnt, dann folgerichtig nach links. Zunächst sollte das Treten in eine Richtung als Trockenübung geprobt werden. Wenn das problemlos klappt, kann mit dem Spinnen begonnen werden. Zunächst befestigen wir einen Anfangsfaden an der Spule, an den wir dann unsere Faser anknüpfen können. Der Anfangsfaden kann aus herkömmlicher Wolle, zum Beispiel Baumwolle, sein. Befestigt den Faden so, dass eine Schlaufe entsteht, in die ihr eure Anfangsfaser legen könnt, um sie dort zu verankern. Führt euren Antriebsfaden nach der Spinnradanleitung durch das Einzugsloch. Zieht vom Faservorrat einen dünnen Streifen aus und legt ihn in die Schlaufe des Anfangsfadens. Ich bin Rechtshänderin, spinne aber wie eine Linkshänderin. Lasst euch davon nicht irritieren. Probiert aus, mit welcher Hand es euch leichter fällt, den Faservorrat auszuziehen oder eben den Faden zu führen. Das Spinnrad zieht nun euren Faden ein, gebt dem Spinnrad, was es haben will. Also nicht krampfhaft den Faden festhalten, sondern nur locker in der Hand führen. Ihr zieht immer wieder einige Zentimeter des Faservorrats so dick oder dünn aus, wie ihr es haben wollt oder wie ihr es am Anfang hinbekommt. Versucht am Anfang nicht unbedingt dünn zu spinnen. Wichtig ist es, dass ihr gleichmäßig spinnt. Versucht einen gleichmäßigen Faden zu spinnen, wie dick er auch sein mag. Dünner wird er von allein. Der Spinnvorgang ist ein einziges Wechselspiel aus Festhalten und Loslassen der Faser. Während ich mit der linken Hand den Faservorrat sozusagen loslasse, muss ich mit rechts den schon entstandenen Faden festhalten. Wenn ich die rechte Hand loslasse, dann muss ich links wieder die Faser blocken, damit der Drall, der beim Treten entsteht, nicht in den Faservorrat läuft. Denn dann bekommt ihr Probleme, die Fasern auszuziehen, weil sie schon miteinander verdreilt sind. Wenn euch die Faser reißen sollte, ist das kein Problem. Ihr dreht das Ende des schon entstandenen Fadens ein wenig aus, damit kein Drall mehr im Fadenende ist und die Fasern wieder unversponnen sind. Dann nehmt ihr den Anfang des Faservorrats und haltet beide Faserenden aneinander und beginnt in Spinnrichtung zu treten. Die Faserenden werden sich leicht wieder verbinden. Wenn das Ausziehen der Faser nicht klappen will, dann seid ihr wahrscheinlich mit den Händen viel zu dicht beieinander. Probiert es einmal aus. Je weiter auseinander ihr die Hände beim Ausziehen haltet, umso leichter geht es. Nehmt euch ausreichend Zeit zum Üben. Es ist eine reine Übungssache, wenn man einmal weiß, wie es geht.